und herzlich willkommen zu folge 100 von final fantasy 13 tja schon 100 folgen laufen wir durch diese erfolgte welt hier und eben abenteuer mit unseren sechs begleitern und unser abenteuer wird auch bald enden sobald wir mal hier durchkommen sind so untersuchen wir erstmal das ding und dann schauen wir mal was passiert nun wo es uns hinbringt auch wieder ein kampf sehr schön ein sie ernsthaft ein ladislaus für mächtige physische angriffe aus ok jetzt machen wir erstmal kooperations ariel so jetzt warten wir erstmal bis der hoop einigermaßen alles aufgefrischt hat so so ja so könnte es hin haben wow gut die fang erholt sich einigermaßen oder auch nicht los heilen so und zurück zur seite offensive gut die hälfte ist schon weg fang nicht so rum tun sondern verteidigen ja ja das war's 2 minuten kämpfen und 32.000 kristallpunkte ja und wieder zurück sowas was das wird mal ist das davor ist sie Eden jetzt oder was? Achso. Also ist dieses Ding dahinten davor ist sie Eden. Interessant. Wusste ich gar nicht. Na gut. Dann tun wir erstmal speichern. Zack. Speichern erfolgreich. Wie viele Kristallpunkte haben wir eigentlich? Oh. 70.000. Gut. Wo waren wir hier stehen bleiben? Da waren wir. So. Dann zur Fang. Die war doch beim Verteidiger oder? Ja. So. Und jetzt zum Hau. Der war. B. Der war. Hier war er. So. Stopp. Ihr lernt. So. Perfekt. Und jetzt mal hier hin. Zum letzten der drei. Zum letzten der drei. Krott. Übersetzung. Endlich. Äh. Okay. Ach. Das ist doch der VC aus dem. Kraftwerk der wo den Datsch zum. Leしい gemacht hat. Ähh. Ah, da wird es lang. Gut, dann gehen wir mal nach oben. So, eine Schatzkiste. 3000 Gül. Oh, ach so scheiße. Okay, den Enkel, der was wir gerade gehabt haben, ist jetzt ein normaler Gegner. Das ist aber ziemlich schlecht. So, dann schau die Fang heilen, sonst geht es mal drauf. So, Delta Offensive. Jetzt müssen wir erstmal dieses... den Samtun, den Proje Lerner da kaputt machen. Blitzwallen. Der stört hier etwas. Und Delta Offensive. Oh nein. Fang ist in Gefahr. Lebenssymphonie. Das ist eine Symphonie. Und Delta Offensive. Der muss aus dem Weg rum werden. Los, Lightning. Schock, Silvester. Gut, sie hat nicht mehr viel. Und die Fang hat auch nicht mehr viel. So, schnell, schnell, schnell. Heilen, heilen, heilen. So, Delta Offensive. Sehr gut. Ja, jetzt hat er es im Weg räumt. Dann kann jetzt der Hope die ganzen Buffs draufhauen. Und dann wird es Teamplatt macht. Das wird schnell sein. Das wird schnell sein. Oh, das wird schnell sein. Silvester. Na, los. Das wird schnell sein. Das wird schnell sein. Gib mir dein bestes Schuss. Goose. So. Na, los, Hope. He, danke. Und Delta Offensive. Na, los. Gut, mal kurz umschalten, dass die Lightning wieder Hass bekommt. Und zurück zur Delta Offensive. Na, los. Die Hälfte ist schon weg. Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt schlecht. Fang, tu dich herausfordern. Oh nein. What? So, jetzt muss ich's Verlust teilen und dann alles andere. Gut. Delta Offensive. So, viel hat er nicht mehr. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal hier Kooperations-AG. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser hier. als Staub-Hardigma. Und dann gehen wir mal weiter nach oben. Hier in der Schatzkiste. 5.000-Gil hat sich ja total gelohnt. So, dann gehen wir mal hier rauf. Und das sind wir auch schon oben. Und zack. Und zack. Und zack. Warst du? Alter. Ernsthaft? Ernsthaft? Bist ja ekelhaft. Kooperations-AG. Kooperations-AG. So, jetzt die Fang heilen. Gut. Also, gleiche Taktik wie vorhin. Erst auf das große Ding und dann auf das kleine. So, Delta Offensive auf den Shower Book. Oh. Falsche. So, Blitzball. Na, los. Und Delta Offensive. Gut, mit der Taktik sollten wir es eigentlich wieder besiegt kriegen. Ja, die Hälfte ist schon weg. Schock Sylvester, yeah. Und Blitzball. Na, los. Selte Offensive. Und das war's. Kooperation. Nee, warte. Slakonische Liga. So, erstmal alles heilen. Und da ein Blitzschlag. Perfekt. Fang, du könntest das Ding mal hochschmeißen. Ja, ja, oder so. Na, los. Das ist 12. Die besiegt. Ach, weißt du was. Aus Spaß mit der. Braserei. Und das war's. Perfekt. 32.000 Lebenspunkte. Äh, ja. Lebenspunkte, genau. Kristallpunkte. So, jetzt hier hoch. Ja, jetzt hier hoch. Und zack. Ö. Okay. Andere Taktik. Perdig mal. Äh, drachonische Liga. Und dann. Auf ins Getümmel. So, Lightning, du heilst. Fang, du manipulierst. Und hope, du gibst. Ja, ein bisschen Gas hier. Und dann, du gehst. so jetzt hier noch einmal halt und dann die zweite blitzschlag zum einen fertig kriegen na los auf geht's hier eine ist geschockt so eine perfekt jetzt kommt die zweite dran gut der ist aufgeschockt und der ist auch erledigt perfekt und der ist also so gut wie fertig und das war's gut die taktik hat muss käufen so dann gehen wir wieder aufs paradigma kooperationsadie und dann gehen wir hier mal speichern und zack speichern aber gleich na komm verschwinde ich so gut dann haben wir nächsten folge bloß nur den einen davon und dann dürften wir es endlich bis zum VSC Eden geschafft haben ja dann wünsche ich euch noch einen schönen tag danke fürs zusehen und dann sehen wir uns auch gleich wieder zurück zur final fantasy 13 also servus leute ja dann sehen wir uns jetzt mal unten und dann lesbunnen